Wir möchten euch heute einen Solargenerator vorstellen, also zur Abwechslung mal einen Stromerzeuger. Dieser ist tragbar, klimaneutral und funktioniert per Plug & Play. Warum das Gerät für uns so interessant ist und unser Tiny House und was es sonst noch alles kann, das erfahrt ihr heute. Wir sind übrigens Anja, noch hinter der Kamera, und ich bin Ilan. Es freut uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hole jetzt nochmal so ein bisschen aus zu unserer Vorgeschichte. Die meisten von euch kennen diese ja bereits, wenn ihr uns schon länger folgt. Es geht darum, dass wir uns dieses Haus ja hier damals gebaut haben und wir wollten natürlich alles. Wir wollten mobil sein, wir wollten autark sein. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, wir müssen den Schwerpunkt legen. Der Schwerpunkt war dann am Ende die Mobilität und die Stabilität unseres Hauses. Jetzt im Nachhinein haben wir uns allerdings nochmal die Frage gestellt, wenn wir jetzt mal keinen Strom hier beziehen können an unserem neuen Stellplatz, was würde hier alles ausfallen? Und dann ist uns aufgefallen, es wäre ein bisschen mehr als nur das Licht und der Ofen, sondern es wäre tatsächlich auch unsere Heizungsanlage, obwohl diese über Gas läuft. Und es wäre auch das fließende Wasser, weil die Pumpe ja nicht laufen würde. Der Witz an der Geschichte ist, dass als uns klar wurde, dass wir hier den Totalausfall hätten, genau in dem Moment hatte uns Jackery angeschrieben und uns angefragt, ob wir denn nicht ihr Produkt austesten möchten. Und wir haben das irgendwie als Zeichen gesehen und wir lassen das ja auch alles gewissermaßen fließen. Wir haben diesen Solargenerator also zur Verfügung gestellt bekommen, was keinen Einfluss auf unsere Meinung nimmt, sondern wir haben ihn jetzt mal ein bisschen kennengelernt in seiner Vielfalt und möchten ihn euch vorstellen und schauen uns jetzt mal den Lieferumfang an. Der Solargenerator kam in zwei Paketen an, bestehend aus dem Solarpanel, dem SolarSaga 100 und dem Explorer 500. Es gibt von diesem Modell, also von dieser Powerstation, drei verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Batterie- und Wechselrichterkapazitäten. Zuerst haben wir unsere Powerstation ausgepackt, den Explorer 500 in der Europa-Version. Der war erstmal sehr, sehr gut eingepackt in einem stabilen Karton und auch hier konnte man an der Seite schon die Modelldaten auf der Verpackung aufgedruckt sehen. Sehr schön ist auch das Extra-Täschchen, in dem sich einmal das Netzteil befindet für die Powerstation, als auch ein Anschluss für den PKW-Zigarettenanzünder. Die Powerstation selbst hat erstmal einen sehr soliden und robusten Eindruck gemacht. Eine kleine Taschenlampe haben wir hier auch noch. Auf die einzelnen Funktionen gehen wir später ein, die gucken wir uns dann nachher nochmal in Ruhe an. Was außerdem noch in der Verpackung war, war natürlich einmal die Bedienungsanleitung mit verschiedenen Sprachen, also in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Die Powerstation wiegt 6,4 Kilo, hat Maße von 30 Zentimetern mal 19,3 mal 24,2. Wir haben einen 24-Volt-Eingang und drei Ausgangsmöglichkeiten. Entweder drei USB-Slots in der Mitte. Auf der linken Seite haben wir zweimal die DC-Ausgänge und einmal den Autoanschluss mit 12 Volt. Und auf der rechten Seite haben wir dann eine Steckdose mit 230 Volt Wechselstrom. Bevor es jetzt ans Ausprobieren und Einschalten geht, mussten wir aber natürlich noch unser Solarpanel auspacken, den Saga 100 und das machen wir jetzt auch nochmal schnell. Auch das Solarpanel war wieder gut eingepackt. Das Paneel selbst war in so einem Knipspapier nochmal schön eingerollt, damit da auch nichts passiert. Und was uns gleich aufgefallen ist, waren die Griffe. Das heißt, man kann das Solarpanel, welches klappbar ist, mit den Griffen gleich aus der Verpackung rausziehen. Und somit merkt man auch wieder, ja, ist das für den Outdoor-Bereich. Man kann es überall transportieren. Links und rechts davon sind auch gleich jeweils zwei Ösen auf beiden Seiten, dass, wenn man das Paneel mal nicht aufstellen möchte, dass man es auch ganz flexibel aufhängen kann. Auf der Rückseite haben wir einmal wieder ein Täschchen mit direkten Ausgangsslots über USB, dass ich auch gleich dort mein Handy zum Beispiel aufladen oder auch über USB-C gleich anschließen kann. Und genauso haben wir auch hier das Verbindungskabel, welches wir dann gleich in den Input unserer Powerstation stecken könnten, um eben unsere Powerstation auch direkt aufzuladen. Auf der Rückseite sieht man außerdem noch zwei Klettverschlüsse, die dazu dienen, das Solarpanel auch auf dem Boden aufstellen zu können. Im gefalteten Zustand sind die Maße des Solarpanels 61 x 53,5 x 3,5 cm. Und wenn es entfaltet ist, sind es 122 x 53,5 x 2 cm. Das Modell selbst hat eine Spitzenleistung von 100 Watt und eine Netzspannung von 18 Volt. Bevor wir das Gerät jetzt zum Einsatz bringen, möchte ich nochmal ganz kurz erklären, wie ein Solargenerator funktioniert. Wir haben also einmal das Solarpanel, welches die Sonnenenergie einfängt. Und wir haben unsere Powerstation, unseren großen tragbaren Akku mit integriertem Wechselrichter. Das heißt, die Sonnenenergie wird in elektrische Energie umgewandelt, gespeichert und direkt bei Bedarf oder später zur Verfügung gestellt. Ob dann entweder in Form von Wechselstrom oder Gleichstrom. Noch mal ganz kurz zum Unternehmen. Jackery ist ein kalifornisches Unternehmen, gegründet im Jahr 2012 von abenteuerlustigen Ingenieuren. Ich finde, das spiegelt sich auch im Design wieder. Und was sich hier auch widerspiegelt, ist, dass sie das nicht erst seit vorgestern machen. Sie sind schon recht etabliert auf dem US-amerikanischen Markt und in Japan. Jetzt seit März 2021 hier auch in Europa angekommen. Und wir testen jetzt mal, ob das alles auch genauso unkompliziert funktioniert, wie es aussieht. Es gibt drei Möglichkeiten, den Explorer 500 zu laden. Die erste Möglichkeit steckt hier bereits einmal über die Wandsteckdose und das Netzteil. Ich stecke es nochmal ab, um euch das zu zeigen. Jetzt sieht man hier auch gleich, wenn ich das einstecke, wir sind bei 56 Prozent. Und dann springen wir hier schon auf 85 Watt Input. Das heißt, wir laden jetzt. Und wir hätten hier eine Ladezeit. Wäre das Gerät vollständig entladen von sieben Stunden. Die zweite Möglichkeit, das Gerät zu laden, ist diese hier. Und zwar über den PKW-Zigarettenanzünder. Und da hätten wir wohl eine Ladezeit von acht Stunden. Die dritte Möglichkeit ist dann über das Solarpanel. Da hätten wir dann eine Ladezeit von sieben Stunden. Wir haben jetzt hier einige Verbraucher, die wir im Alltag eigentlich recht regelmäßig verwenden auch. Von Handy bis Laptop bis Kamera, Akku. Und natürlich auch, wenn wir mal arbeiten, wieder am Haus oder am Haus werkeln, dann auch den Makita-Akku hier. Und jetzt stecke ich alles mal gleichzeitig an, während das Gerät noch lädt. Jetzt gucken wir mal, ob es dann auch weiter lädt. Einmal das Handy. Jetzt muss ich hier draufdrücken, um die Energie auch freizugeben. Um den Strom freizugeben. Genau, es hat funktioniert. Acht Watt. Und da bleibt er, glaube ich, auch bei acht Watt. Okay. Dann machen wir mal weiter. Dieser hier beispielsweise, die war nämlich auch schon wieder leer. Hier die Kamera, beziehungsweise der Akku war leer. Den können wir hier mal anstecken, parallel. Mal gucken, was passiert. Und auch hier muss ich den Strom wieder freigeben. Es ging einmal ganz kurz der Lüfter an. Okay, das Gerät lädt. Jetzt sind wir bei 15 Watt. Also wir haben insgesamt 500 Watt zur Verfügung. Wir können hier also auch locker noch über einen Dreifachstecker, den haben wir jetzt gerade nicht, auch noch den Laptop anschließen. Aber das mache ich jetzt auch nochmal. Stattdessen schließe ich jetzt mal den Laptop an. Jetzt sieht man auch gleich, jetzt sind wir schon bei rund 60 Watt angekommen. So, jetzt ist der Lüfter gerade angegangen. Hier zieht er die Luft wohl. Sagt mir meine Hand. Und hier pustet er die Luft raus, auf der rechten Seite. Jetzt zeige ich euch aber mal, was uns aufgefallen ist, gestern nochmal, oder gestern nochmal bewusst geworden ist, was passiert, wenn die Geräte einfach nur stecken, in der Steckdose sind, was sie dann noch verbrauchen, ohne dass man sie einschaltet. Das war uns gar nicht so bewusst vorher. So, hier sieht man den Output. Ich habe jetzt den Wasserkocher angesteckt und den natürlich nicht eingeschaltet. Nur wenn er angesteckt ist, verbraucht er hier schon anscheinend 7 Watt. Und das haben wir mit allen Geräten ausprobiert. Und bei allen Geräten haben wir das gleiche Ergebnis gehabt. Zwischen 5 und 10 Watt verbrauchen eigentlich so gut wie alle Geräte hier im Haus. Auch der Drucker, unser Akku-Staubsauger, ist es auf 5 runtergegangen. Die verbrauchen permanent Strom und das summiert sich dann auch im Monat auf einige Kilowattstunden, wo man da nochmal ein anderes Bewusstsein für bekommen hat oder beziehungsweise wir. Jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz dieses LED-Licht an. Das ist auch gar nicht so schlecht. Das Coole an dem Licht ist tatsächlich, wir sprechen ja hier wie gesagt vom Explorer, vom Outdoor-Bereich. Wenn ich es gedrückt halte, so, kommt das SOS-Signal. Wir freuen uns riesig beim nächsten Campingurlaub auch dieses Setting-Generator einfach mal mitzunehmen und auszuprobieren. Gerade auch im Outdoor-Bereich dann mal die Kameras zu laden, die Handys zu laden. Man kann auch einen Camping-Kühlschrank anschließen, die Drohne, wenn wir irgendwann mal eine haben. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, auch andere Geräte, jetzt abgesehen von unseren Tiny-House-Geräten, die wir hier drin verwenden, aufzuladen. Die Powerstation kann man ja überall hinstellen, auch durch die Noppen. Unten macht man auch nicht gleich das Gehäuse kaputt, das wirkt alles sehr robust. Und das Solarpanel kann man ja wie schon am Anfang gezeigt aufstellen oder über diese vier Ösen auch aufhängen. Abhängig davon, wo man gerade steht, wie die Sonne fällt, wo man eben am meisten Ertrag hat. Ich stelle das Paneel jetzt mal raus, sodass wir mal keinen Schatten haben auf unserer Treppe hier angelehnt an unser Haus. Jetzt produzieren wir nicht nur 6 Watt, sondern schon 26. Das heißt, du könntest jetzt dein Handy auch noch anschließen. Und wir hatten immer noch genug Strom. Und, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 53 Watt, 54, 55. Gut, ich hole es mal wieder rein. Achso, warte, jetzt ist es leicht bewölkt. Jetzt wollen wir mal sehen, was wir jetzt produzieren. Immer noch 22 Watt. Also das ist schon cool. Und wir haben Winter, ne? Aber wenn ich das jetzt so sehe, kann man das doch morgens super rausstellen und einfach mal aufladen. Also. Jetzt kommt sie wieder raus. Boah, sind wir bei 60 Watt. Jetzt machen wir einen Test, auf den wir uns schon eine ganze Weile freuen. Wir haben ja keine Stromerzeuger, also keine Stromproduzenten. Und deshalb wollten wir unbedingt ein Gerät, welches eben per Plug and Play auch läuft, dass wir im Härtefall wirklich noch zumindest diesen Wechselrichter anschließen und somit alles, was mit ihm auch verbunden ist, in Betrieb nehmen, weiterhin. Somit haben wir dann noch fließendes Wasser im Haus. Wir haben eine Heizung, die funktioniert, weil die würde auch, wenn sie über Gas läuft, nicht funktionieren, wenn sie keinen Strom bekommt. Ich nehme jetzt also den Stecker raus. Die Heizung ist ausgegangen. Die Pumpe würde jetzt auch nicht laufen. Jetzt gucke ich, ob es läuft, wenn ich sie hier anschließe, ob das funktioniert. Die Kabellänge geht schon mal. Die Kabellänge geht. Funktioniert. Guck mal. Also läuft. 14 Watt. So, jetzt warte, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir das Wasser andrehen. Bereit? Mhm. Und? 76 Watt. Aber sie läuft. Sie läuft. 75 Watt. 89 Watt. 89 Watt. 89 Watt ist hochgegangen. Sogar auf 90 Watt ist kurz hochgegangen. Aber es geht. Also wenn wir jetzt nutzen würden. Gucken wir, was die Heizung verbraucht. Also die Heizung ist jetzt gerade angegangen und verbraucht auch anscheinendlich mehr als maximal 60 Watt. Sie fährt einmal hoch. Also im Grunde geht es auch nur darum, das Kontrollpanel ins Laufen zu haben und dass die Pumpen funktionieren. Im Grunde geht es ja nur um die Pumpen. Dass die hier im Haus laufen und das scheint zu funktionieren. Also das ist wirklich eine tolle Lösung. Also das ist ja genial. Ganz ehrlich. Das war genau das, was wir brauchten. Eine Plug-and-Play-Lösung für unsere Pumpen. Eine Playstation oder so. Pumpen. Ganz einfache Pumpen. Wir wollen einfach Wasser befördern. Wir können das sonst nicht, wenn wir hier einen Stromausfall haben. Kommen wir jetzt mal zu unserem Fazit. Ich kann schon mal sagen, in unserem Tiny House-Kontext ist das Gerät ein wunderbarer Notstromgenerator. Ja. So sehe ich das, ganz ehrlich. In erster Linie für uns. Dass wir sagen können, die Heizung funktioniert noch und die Pumpen laufen alle noch. Tatsächlich, wir haben es ja jetzt auch nochmal prüfen können. Und wir könnten theoretisch auch noch den Kühlschrank anschließen und unseren Wasseraufbereiter, damit wir immer gutes Wasser hier auch haben. Ich denke, das ist auch das Schöne, dass man da so flexibel ist. Ja, die Einsatzmöglichkeiten sind einfach super vielseitig. Und ob da jetzt der eine der Camper ist, der andere einfach der Abenteurer, der unterwegs ist oder wir vielleicht im Sommer dann doch mal ein kleines Sommerkonzert schmeißen wollen, weil auch Gitarre und Verstärker würden damit gut funktionieren. Das haben wir noch nicht getestet. Nee, da stimmt jetzt das Wetter einfach nicht. Wir hätten tatsächlich das Gerät gerne noch mehr draußen benutzt. Aber wir sind jetzt im Winter und es regnet permanent. Wir waren froh, noch ein paar Sonnenstunden abgreifen zu können, um das Solarpanel auch mal testen zu können. Also da auch mal nochmal im Frühjahr, Sommer zu schauen, wie ist denn wirklich unsere Maximalleistung in unseren Breitengraden? Was können wir denn an Strom auch produzieren und speichern? Das wird nochmal ganz, ganz spannend. Ich hatte sowas auch noch nie. Also es war sehr intuitiv alles. Hat Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht, das Teil zu verwenden. Kann man nicht anders sein. Es hat mir wirklich Spaß gemacht zu sehen, aha, wie viel Strom geht rein, wie viel Strom geht raus. Jetzt nähern wir uns ja auch Weihnachten. Das heißt, falls ihr noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken seid oder glaubt, das Gerät könnte auch euch oder die Freizeit das Leben eurer Freunde oder Familie bereichern, wir packen euch unten in die Infobox die Links rein, dass ihr weitere Infos zum Jackery, Explorer 500 oder auch zu den anderen Modellen bekommt. Und es gibt eine Weihnachtsaktion bis 25%. Also schaut dort gerne mal rein. Lasst uns einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. So machen wir es. Tschüss. Ciao.